Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Observer. Wir sind immer noch bei dieser Kackpuppe hier im Raum. Und gucken mal, ob man hier irgendwas interessantes findet. Was ich bezweifeln werde. Hier ist ein Fernseher. Wow. Und wieder raus, würde ich sagen. Hier gibt es nichts interessantes mehr. Und... Alter. Da ist eine Karte. Für was die auch immer gut sind. Ja, da hat sich jemand häuslich eingerichtet. Okay. Keiner zu Hause. Okay. Okay. You got a minute? KPD. Sure. Have I been naughty? Just a few questions. Nothing to get excited about. The world's at peace, Mr. Observer. Why should I get excited? You know what I do? How come? I can smell your quantum patterns. I've dallyed with a few of you digital devils. You smell my quantum what? Hey, I'm not judging. I was a little lost girl once. Low on expectations. High on fee. Okay. Oha, deswegen das rote Licht. Eine professionelle. Oha, deswegen das rote Licht. Eine professionelle. Okay. Schade. Ich dachte, ich könnte mir da ein bisschen bumsi bumsi machen. So, du bleibst da drinnen. Hier waren wir ja schon. Lul. Äh, was war hier oben jetzt nochmal? Ach, der Kerl. Ach, ja. Hier das Dachgeschoss, wo wir da reinkommen. Hier war mal grad. Also gehen wir hier lang. Ähm, eins bis sieben. Äh. Sieht sehr einladend aus. Hallo? Kann ich das hacken, ne? Drei. Sechs. Fragezeichen. Fragezeichen. Oh, leck mich doch fett, ey. Ich stelle es dir das jetzt nicht aus. Können wir vergessen, ne? Arschloch, alter. Das ist ein Wichser. Ey. Leck mich doch in die Fresse geschissen, ja. Meine Güte. Ja. Ja. Meine Güte. Das ist ein Wichser. Wer ist es? KPD. Ich muss dich ein paar Fragen stellen. Es ist ein Wichser. 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 215. 205. Okay. Ein Mann in eine Trennchkotte. Wir haben die Polizei. Calm down. Take it easy. What's the problem? It's that 205 guy. I'm telling you something very strange is going on in that apartment. Okay. He comes in every once in a while, hauling this huge briefcase. I saw him go down into the basement once. Not that I was following him or anything. I was down there doing my laundry. Alright, ma'am. I'll look into it. If I can. Well, good. You should be out there doing your job. That's right. That's what we're here for. We take care of the wackos. The uppers. The downers. The stray cats. The lost elderly. The poverty driven. The insane homeless. An escape. Plus the suicidal. The top dogs we never found. The gun traffickers rush hour. To meet you. Man. 205. Check me. Fuß anzujuken. Läuft. Leck mich doch am Arsch. 690. Okay. das war die 204 das das, wo ist die 205 206 7 hä ok ok gibt's nichts dazu zu sagen blut on mats mhm lecker menschlich lieber hier läuft was ist falsch mit dem da brodelt noch irgendwas oh ha oh ha mensch schnauze mensch schnauze schon wieder mensch schnauze leber herz sehr appetitlich biomasse die sich bewegt lecker ok gucken wir uns erst mal das buch es wird nicht besser mit den büchern oh mein gott das ding wo bleibt die leber ja what the fuck alter 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 wir waren noch nicht fertig Spielen wollen wir jetzt nicht spielen. Safe. Uh, okay. Ich irgendwas dazu sagen. Macht den Besitzer des Tattoo Studios aus, finde ich. Man hat das schon gehört, er hat Enkelchen, Kost zu tun, niemand muss wissen. Was machen wir? Müllgerechte Nachbarn Ja gut Jetzt muss ich nochmal hierher Ente 6 9 0 Hier 6 9 0 Haha Was sich hinter der Tür verbirgt erfahren wir im nächsten Video Bis dann bleibt entspannt, genießt den Tag und Bye Bye